Als Richard Palfinger 1932 eine kleine Werkstatt eröffnete, konnte noch niemand ahnen, welche große Erfolgsgeschichte sein Unternehmen in nur 90 Jahren schreiben würde. Dass 32 Jahre später Hubert Palfinger Senior den Grundstein für eine neue Ära legt und das Unternehmen beginnt, sich auf Hebelösungen zu fokussieren. Dass das Unternehmen 1999 an die Börse ging und sich zu einem auf allen Kontinenten agierenden Global Player entwickeln würde. Oder dass wir 2017 unser eigenes Experience Center bauen, die Palfinger World. Das und noch viel mehr haben wir bisher erreicht. Aber was kommt als nächstes? Wir haben Meilensteine erreicht, die heute Maßstäbe für ganze Branchen setzen. Aber die Welt steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Digitalisierung, Globalisierung, sozialer Wandel und Nachhaltigkeit. All das sind dringliche Themen, die wir vorausschauend behandeln und umsetzen. Keine Hürde ist zu hoch. Kein Ziel ist zu weit entfernt. Unser unermüdlicher Pioniergeist hat uns in ungeahnte Höhen gehoben. Tief verwurzelt in unseren Werten hat er uns ermöglicht, alles zu erreichen. Zusammen als ein Team. Als One Palfinger. Wir feiern die Zukunft. Seit 1932.